Sochurelia führt Literaturlisten aus Zotero mit Annotationen aus Hypothesis in einer übersichtlichen Darstellung zusammen. Zwei wesentliche Funktionen stehen dabei im Vordergrund. Erstens, eine Liste in Sochurelia enthält eine Begründung und Einordnung, warum ein Text zum Lesen vorgeschlagen wird. Zweitens, zu jeder Quelle wird direkt angezeigt, wie aktiv die Diskussion zu dieser Quelle mit Hypothesis ist. Wir setzen Sochurelia in der Veranstaltung ein, um Ihnen den Zugang zur Textarbeit mit Hypothesis zu erleichtern. Jeder Eintrag in Sochurelia führt Sie mit einem Link direkt zum Text. Automatisch wird das Paneel von Hypothesis geöffnet und Sie können Fragen stellen, Notizen machen und anderen antworten. Sochurelia ist freie Software und kann ohne Registrierung sofort genutzt werden.